Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück zu Disney Dreamlight Welli 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 Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es endlich neue Informationen zum End of Summer Event oder Update Was am 5. September erscheinen wird. Das waren ja diese Fahrtfinder bzw. Picknick Gegenstände, die man dann freischalten kann Werden wir gleich alles durchgehen. Es gibt einen kleinen Trailer, es gibt einen kurzen Text von den Entwicklern Schauen wir uns auf jeden Fall gleich an. Ich bin sehr, sehr gespannt Aber wir gehen erstmal zu Dagobert. Wir haben ja schon einiges in den Leaks gesehen. Es gab ja glaube ich so einen neuen Rucksack So einen Picknick-Fahrtfinder-Rucksack. Ich verwechsel nicht mal Picknick und Fahrtfinder Ist irgendwie für mich dasselbe, ich weiß auch nicht. Und wir kriegen auf jeden Fall so einen neuen Anzug Ich bin gespannt, was die Aufgaben sein werden. Finde ich aber cool. Und ich finde auch cool, dass sie es jetzt Anfang September bringen So zwei, drei Wochen nach dem letzten Update und nicht während des Updates. Das war ja letztes Mal ein bisschen blöd gemacht Dass wir da dieses Alle-Steht-Kopf-Event noch hatten gleichzeitig Wahrscheinlich lag es aber auch daran, weil der Kinofilm ein, zwei Wochen vorher gestartet ist Vor dem Update. Und dann wollen sie es wahrscheinlich schnell raushauen. Kann ich verstehen, aus Promo-Zwecken Hätte ich vielleicht auch so gemacht Genau, gucken wir mal, ob wir hier was haben Leider auch nix. Ich habe jetzt auch endlich die Mulan-Sitzecke Danke, danke, danke schön. Habe ich von einem lieben Zuschauer geschenkt bekommen Oh, hier Oh, einer von Dagoberts neuen Gegenständen Dazu will ich auch noch ein Video machen. Da werde ich alle Neuen Dagobert-Gegenstände zeigen Beziehungsweise alle Möbel, die neu erschienen sind Bei diesem aktuellen Update. Kommt wahrscheinlich auch die nächsten Tage noch Oh, wie cool. Elementarer-Steinerde Ja, da gibt es zu jedem Element so einen Stein Das gibt es ja auch im Frozen-Ram Diese Steine. Sehr, sehr hübsch Sehr, sehr hübsch. Oh, wie schön Guck mal Cool. Ich glaube, den Rest haben wir auch Teppich habe ich auch schon, ne? Genau Ja, heute 20 Uhr gibt es auch wieder einen Stream Schaut da gerne rein. Oh, eine neue Lampe Schön, welche? Geometrische Topflichter Die habe ich mir schon immer gewünscht Ich liebe, äh, Geometrie. Natürlich Mit einer 5 auf dem Abschlusszeugnis in Mathe Liebt man Geometrie So, genau. War hier sonst noch irgendwas? Das haben wir auch schon alles Ja, ich glaube, ich habe schon auch alle neuen Klamotten aus dem, äh, Deppers the Lights Update. Müsste ich auch schon haben Diesen Hut, dieses gestreifte Hemd Und, glaube ich, diese Hose, ne? War es? Mehr war es, glaube ich, auch gar nicht Genau Da würde ich mal sagen Switchen wir mal rüber Zu dem Text, den es jetzt neu gibt Auf der Disney-Dimit Valley-Seite Ihr kennt das Ganze, ja, ich habe es wieder auf Deutsch übersetzt Das Ganze gibt es leider nie auf Deutsch Ähm, zumindest nicht in den ersten Stunden Oder sowas, ne? Es kann immer zu ein paar Übersetzungsfehlern kommen Ist aber gar nicht schlimm Das meiste kann man auf jeden Fall sehr, sehr gut verstehen Schreibt gerne eure Meinung und, äh, Kritik In die Kommentare Ich finde es aber gut, dass sie immer diese Events bringen Ich hoffe, es wird halt nicht so ein komischer Grind Wie bei diesen, ähm, wie bei diesen Cupcakes oder sowas Letztes Mal war es ganz cool gemacht Mit diesen ganzen Erinnerungen und so weiter Mit diesen kleinen Tierchen Und mit dieser Statue Das fand ich eigentlich ganz schön Muss ich sagen Fand ich ganz gut, ne? Genau Veranstaltung zum Ende des Sommers Ist bald echt schon Ende des Sommers Wahnsinn So vergehen die Jahre Ne? Man wird nicht jünger Hallo Dorfbewohner im Tal Hallo Wir freuen uns sehr zu sehen Wie ihr die kürzlich veröffentlichten Inhalte Depperste Lights Und Schätze der Zeit eingetaucht seid Und wir haben bald eine weitere Überraschung Einen weiteren Überraschungs-Drop Im Spiel Einen Drop zum Lutschen Hätte ich sehr gerne Genau, Trailer gucken wir uns gleich an Veranstaltung zum Ende des Sommers Bereitet euch darauf vor Das Ende der Saison Mit dem neuen Event Ende des Sommers zu feiern Werden wir machen Das in der heutigen Nintendo Direct In Disney New World Valley erscheint Oh, hab ich gar nicht gesehen Die Nintendo Direct Da wurde es anscheinend schon rausgehauen Sehr cool Läuft ab dem 4. September Ab 4. September geht schon los Bis 26. September Schnappen sie sich ihre Fernglase Und beginnen sie mit der Suche Nach speziellen Marshmallows Im Spiel Um deine Jagd zu stärken Erhältst du außerdem Zwei neue Rezepte Vom Für Vom Lagerfeuer Inspirierte Köstlichkeiten Es wird auf jeden Fall wieder gekocht Das lieben wir doch alle Aber du musst zuerst Die Zutaten sammeln Okay, es wird auf jeden Fall Irgendwas mit Marshmallows sein Ne Ich war ja eher so Der Stockbrot-Typ Immer beim Lagerfeuer Marshmallow war nie so mein Ding Ist doch eher so ein amerikanisches Ding Mit Marshmallows Oder habt ihr mal Marshmallows Über dem Feuer gemacht Also mir hat es glaube ich Nie so gut geschmeckt Lieber so Stockbrot oder sowas Fand ich immer besser Oder so Würstchen oder sowas Während du auf deinem Valley Plaza Drei Büsche mit rosa Marshmallows findest Ach so ein bisschen wie Ostereier Event Musst du auf der Hut sein Denn blaue Marshmallows erscheinen Auf der Plaza Der friedlichen Wiese Dem Dazzle Beach Also dem Wie heißt das nochmal Dem funkelnden Strand Ne, wie heißt das bei uns nochmal Schillerner Strand Genau Dem Wald der Tapferkeit Und der Lichtung des Vertrauens Sobald du ein paar gesammelt hast Kannst du zu deinem Lieblingskochort gehen Auf jeden Fall Tiana Ist mein neuer Place to be für Essen Um ein paar leckere Leckereien Wie S'mores zu kreieren S'mores Schmores S'mores Schreib dir in die Kommentare Was es ist Die du mit deinen Freunden Und den Bewohnern des Valleys Village Teilen kannst Okay wir müssen auf jeden Fall Blaue Marshmallows sammeln Pinke Marshmallows Und die grillen Wie cool ist hier dieser Cola Behälter Oh jetzt Oh die Feuerschüssel Schön Die Campingstühle Boah hier ist das neue Outfit glaube ich In der Rucksack Ach coole Sachen aber Ja darum denke ich glaube ich auch an Picknick Weil es so ein bisschen Picknick Schön Ach so eine Feuerstelle Können wir gut gebrauchen Die fluffigen und süßen Snacks Werden aber nicht nur zum Kochen verwendet Hier findest du brandneue Handwerksrezepte Mit denen du deine Marshmallows In Campingplatz Essentials Während Lagerfeuergrube verwandeln kannst Gut Sobald du diesen Gegenstand platziert hast Kannst du mit ihm interagieren Um Fotos mit deinen Dorfbewohnern In der Nähe zu machen Ah da wird man wieder so ein Gruppenbild machen können Finde ich auch cooler Als diese komischen Theaterbühnen Oder diese Theatercollagen Mag ich viel lieber Ja gerne so kleine Gegenstände Find ich cool Find ich cool Der perfekte Weg Um eine Erinnerung an das Ende des Sommers zu schaffen Ja schön wär's Man kann ja immer noch keine Bilder leider speichern Im Spiel Man kann ja die Erinnerung nicht speichern Das ist ein bisschen doof Baut doch endlich mal ein Fotobuch ein Liebe Entwickler Oder Dass man Startmenü drücken kann Du kannst alle deine gespeicherten Bilder ansehen Ich mein ich würd's mir jetzt eh nie wieder angucken Oder so Aber ich find einfach die Idee schön Dass man vielleicht so ein Buch im Valley hat Auch so ein Gästebuch Wo man was reinschreiben kann Wo man ein Foto von sich speichern kann Von den Besuchen Finde ich eine schöne Idee Muss ich sagen Ich hoffe sie bauen's irgendwann nochmal ein Und vergiss nicht Zwei neue Aufgaben im Spiel zu erfüllen Indem du Gerichte auf Marshmallow Basis verschenkst Oh nein Das ist ja wie bei den Cupcakes Und isst Ich hoffe diesmal läuft's besser Das ist ja immer noch irgendwie verpackt Ich hab auch immer noch diese Dagobert Aufgabe Die es glaube ich seit dem Cupcake Ding gibt Seit diesem Event Ich krieg das nicht mehr weg So erhältst du neue Wearables für dein Avatar Okay Neue Klamotten Schön Ja Geht mit euren Feierlichkeiten zum Ende des Nommers Noch einen Schritt weiter Indem ihr euch mit uns Auf unserer Social Media Konten unten verbindet Um uns auf eure Fotos Und anderen Inhalte im Spiel zu markieren Ja Gerne Gerne Macht das sehr gerne Genau Das war glaube ich alles Ne Ja Da gucken wir uns auf jeden Fall noch den Trailern Find ich aber cool Und cool ist Die es jetzt ein paar Wochen nach dem Update machen Das find ich sehr sehr schön Da freut man sich zumindest immer noch auf irgendwas Ne So Jetzt schauen wir uns mal den Trailer an hier Hab ich noch nicht reingeschaut Wahrscheinlich werden wir jetzt dieselben Sachen sehen Wie auf dem Vorschaubild Ne Gucken wir uns erstmal an Büsche Campingschuh Marshmallowstäbe Ja Okay Es sind praktisch so dieselben Sachen 4. September bis 26 Also nächste Woche Mittwoch geht's los Tatsächlich Nein ZDF wollen wir nicht sehen Nein Das gibt's doch nicht So jetzt Jetzt nochmal Stück für Stück So Was haben wir hier alles Neues Genau Das sind dann diese Marshmallowbüsche Ist so ein bisschen wie mit den Ostereierbüschen Find ich cool Ne Ich mag ja eigentlich diese Events ganz gerne Genau Kochen müssen wir Marshmallowrezepte kann man kochen An der Werkbank werden wir dann neue Sachen bauen können Hier der Campingstuhl Find ich schön Kann man schön im Wald integrieren Hier so ein Marshmallow Sandwich Find ich auch ganz cool Kann man dann den Bewohnern schenken Ne Die hauen dann wahrscheinlich irgendwelche Sachen raus Ne Aber die Feuerstelle sehr sehr cool Hier der Cola Ähm Der Cola Getränkespeicher Ist sehr sehr cool Die Klamotten find ich auch süß Mit dem Fernglas Find ich schön Rucksack find ich auch cool Für mich ist aber der Fuchsrucksack immer noch am besten Der Anglerhut ist ganz cool Find ich ne schöne Idee Find ich schöne Sachen Mag ich gerne Vor allem die Feuerstelle ist natürlich ein Highlight Ne Muss man tatsächlich sagen Sehr sehr cool Ja ich glaub mehr gab's auch nicht Ja ist ein kleines nettes Update Ich weiß nicht wie schnell man die Sachen natürlich wieder kriegt Wie lange es mit diesen Marshmallows wieder dauert Ich hoffe nicht so lange wie mit den ganzen Cupcakes und so weiter Und nicht so lange wie mit dem Schmiedeeisen Ich glaube es wird ein bisschen schneller gehen auf jeden Fall Viele werden wahrscheinlich wieder nach zwei drei Tagen durch sein Aber trotzdem find ich die Idee sehr sehr schön Und die Items sind auch richtig klasse Ne Ich freu mich auf jeden Fall drauf Wir haben natürlich auch ein Video zu machen Darum ey Lasst gerne ein Abo und ein Like da Wenn's euch Spaß gemacht hat Aktiviert gerne die Glocke Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Stream Oder Video wieder Und bis dahin noch viel Spaß Und Ciao 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 Ciao